Was hast du jetzt gekriegt? Jetzt mach du nun auch noch mal. Gut, dann mach ich noch mal. Hallo? In die Kamera schauen? Sorry. Sorry, okay. Entschuldigung. Sehr gut. Hallo, ich heiße Etienne. Ah, das ist wahr, ich heiße dich. Ich denke darüber nach, was ich sagen könnte. Infrastruktur. Ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, 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 ähm. Also, ähm, wie betreibe ich das? Ich meine, nicht irgendwie in einem starren Korsett rumessen. Sorry. Ähm, es ist gar nicht immer so einfach, die Betrug... Ähm... Shit, sorry. Sorry, ich bin Hans Christian Wittmer. Was machst du da? Ja. Und vielleicht wäre ich ein Ballerina. So... Alles nochmals? Alles nochmals? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin. Schade.